hallo liebe fabela family zuschauer hier sind wieder fabian und heute spielen wir eine spannende stadt map die sehr vielversprechend erscheint die map heißt ich muss kurz nachgucken nxu5 oder nx us mas animals wie auch immer wir machen den link unter das video und wir fangen jetzt einfach mal an die stadt zu erkunden ihr seht schon ich befinde mich hier tja auf einer stadtbahn so wie es aussieht in einem hochhaus mit einem pool in einem hochhaus mit einem pool ja dann müssen wir mal gucken ja ich weiß wo du bist okay wo denn okay ich gucke mal ob ich hier irgendwo von diesen schienen runter komme ohne direkt zu sterben da hinten bist du ah dann komme ich bei dir da hinten runter das hier sieht aus wie ein bahnhof oder was ist denn das da hinten was ist das hier ach das ist der prellbock sag mal hast du irgendwo loren gesehen wir könnten direkt mit einer kleinen aber ich bin noch nicht bei den schienen ach so okay dann müssen wir erst die lilly finden sie hat irgendwie ausgesperrt warte mal da steht was auf dem schild moment have your tickets ready before you board with the train also wir sollen unsere unsere tickets unsere zugtickets vorher lösen also gut wir gehen erst mal die lilly suchen und wir müssen natürlich auch irgendwo lohren finden die müssen ja irgendwo sein wo soll ich denn jetzt hier auch ein zombie ich höre auch ein zombie aber ich sehe keinen aber wir haben gar keine waffen was ist das hier eigentlich acht das ist okay wir sollten uns auf jeden fall den weg merken was steht hier steht downtown linie station 1 na toll das klingt nicht sehr als ob es sinnvoll wäre sowas zu essen okay also wir müssen mal gucken ob wir die lilly irgendwo finden wir gehen einfach mal hier mit stück geradeaus was hältst du davon kollin wir gehen hier unter denen unter der bahn lang das ist eine hochbahn nicht wahr eine bahn brücke da ist irgendwie ein zombie drin glaube ich ist das hier der haupt spawn punkt wo ihr mal rausgekommen seid ja hier drin was wo bist du ich kann kommen ich sehe noch nichts von deiner schrift ja wenn die lilly gleich nicht mehr sehen die lilly wird nämlich erst mal wieder in die welt kommen müssen hier rein schnell hier rein noch da steht auch willkommen zur stadt oder willkommen in der stadt hier geht es zum business also zum geschäftsbereich was haben wir hier wort front way also vielleicht irgendwas mit wasser keine ahnung und hier ist sozusagen der wohnbereich in der richtung und hier da steht sunset boulevard vielleicht irgendeine geschäftsstraße also eine mit ja mit läden und so wir müssen doch hier erst mal in dem bereich bleiben damit die lilly uns findet also hier steht lilly hat das spiel betreten ich sehe sie noch nicht also die lilly wird irgendwo hier in der nähe raus kommen lass uns mal gucken gehen kannst du den weg zur mitte finden warte wir gehen da gleich hin kommen müssen aber erst die lilly finden die lilly ist hier in dem gebäude ganz oben kann euch sehen wenn ihr kucken kuckuck kuck 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 kuckk ضura Marcel Frank herigene Hier. Gut. Also, Colin wollte jetzt erst mal zum Wasserbereich gehen. Zur Waterfront. Ich bin eine Frau. Du bist eine Frau mit dicken Armen? Ja. Nee, ich bin eine Frau. Ihr beiden, ich gehe mal Richtung Waterfront. Kommt ihr mit? Ja, warte, wo bist du? Kommt mit, ihr Nasen. Wir sind Zwillinge. Guck mal, wir sehen genau gleich aus. Wie Zwillinge, oder? Wartet mal kurz, bitte. Wir müssen uns mal kurz nebeneinander stellen. Komm, Colin, wir sitzen genau hier hin. Hier, die Waterfront. Komm, Colin, hier. Stell dich mal kurz neben mich, bitte. Papa, guck mal, wieder zum Sporen. Du musst mit uns mal gucken. Guck mal, wir sehen genau gleich aus. Nur Colin hat dickere Arme. Ja, dann seid ihr Zwillinge. Ja, wir sind auch Zwillinge. Colin hat einfach dickere Arme. Colin hat dickere Arme, ich sehe es. Ja. Ich war, komm, wir gehen auf der Waterfront. Ja, hier geht es Richtung Waterfront. Ich will mit. Wasser. Irgendwas mit Wasser. Irgendwas mit Wasser. Warte auf uns. Wir sind nicht so schnell, wenn wir zwei Läschen finden. Aha, hier steht Februar 2015. Das war vermutlich die Zeit, wo die Map irgendwie gemacht wurde. Papa, hier ist irgendwas. Was? Wo seid ihr denn schon wieder? Nee, daneben, da ist eine Karte. Ja, du hast recht. Daneben ist eine Karte. Dankeschön, wer auch immer das war. Ihr müsst mal auf Seite gehen, sonst kann ich die Karte nicht zeigen. Die Karte. Das stimmt. Das sieht natürlich super cool aus. Auf welcher Seite wollen wir denn gehen? Rechts im Parkbereich? Ich habe schon entschieden. Okay, wir gehen rechts lang und weiter hinten soll, glaube ich, eine Brücke kommen, so wenn ich das richtig gesehen habe. Da können wir dann rüber gehen. Das ist eine Brücke. Das ist eine Brücke. Wir können mal gucken, ob noch eine Brücke kommt. Also das hier scheint die... Hier ist immer ein Bad hier. Boah, ist die Brücke hübsch. Blau. Hier ist eine Brücke. Boah, die ist echt hübsch. Da hinten ist noch eine. Ich gehe mal auf der Seite hier weiter. Hier ist ein Zug. Das ist ein Bahnhof. Ist da ein Bahnhof? Aber sind da auch Lohren? Wir brauchen ja Lohren. Nee. Ja, ihr geht auf den Schienen. Warte. Warte, wir warten. Wo ist denn der Colin? Da kommt er. Oh, hier. Es wird langsam Nacht. Meint ihr, wir sollten uns irgendwo zurückziehen in dein Haus? Warte mal, wir können ja hier drüben lang gehen. Guck mal, da vorne ist noch eine Brücke. Da ist ein Haus. Ich habe ein Haus entdeckt. Komm hier rüber. Ich ziehe Bausteifen. Ich gucke mal. Guck. Gucke rechts. Gucke links. Das ist sehr vorbildlich. Gucke rechts. Es kommt kein Auto. Gucke links. Kein Auto. Komm. Bei allem darf die schon da auf der Straße stehen bleiben. Nee. Da ist das Haus. Schnell rein. Das ist ein Fahrzeughaus. Ja, vielleicht ist das ein Auto? Das ist ein Haus. Komm, freut mich. Ich höre. Ich höre überall Zombies. Kommt hier rein. Tut mir leid. Oh. Jetzt haben wir uns gegenseitig die Tür vom Kopf geknallt. Was steht denn da? Da steht irgendwas? Aha. Wir sollen uns mit dem Personal unterhalten, um mehr über die Hotelpreise und die Hotelörtlichkeiten zu erfahren. Was hast du? Was ist denn der Thron gewesen? Nee. Broschüren, Karten, steht auf dem Schild. Karten, Bücher. Das ist eine Buchhandlung. Ihr müsst aufpassen. Ah, hier gibt es Wasser. Schön. Aufpassen, dass ihr nicht auf diese Türöffner kommt. Wahrscheinlich passiert mir das nur. Und dann gehen die Türen auf. Ja, Geschäftsbereiche. Oh, ich bin im Mülleimer. Ich bin im Mülleimer. Was ist denn das hier? Ich bin im Mülleimer. Also, die Karte ist auf jeden Fall von 2014, 2015. Ich wollte meiner Schwester. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stand auch unter der Karte, dass sie etwa ein Jahr an dieser Karte gearbeitet wurde. Ja. Ich glaube, die ist größer. Ich glaube, die wurden nur von mehreren Leuten gebaut. Mit der anderen Bruch. Ah, nein, nein, nein. Kuiper. Kuiper. Ja, mach die Tür zu, genau. Kuiper. 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 Ich gehe mal raus. Ich ärgere den mal ein bisschen. Nein, lass doch. Doch, ich ärgere. Aua. Ich ärgere den. Da, er kommt, er kommt. Geh weg. Oh, er hat skudiert. Er hat das Haus kaputt. Er hat das Haus kaputt. Er hat direkt ein Loch in den Boden gesprengt. Siehst du. Runter gehe ich aber nicht. Er hat mir tatsächlich Herzen abgezogen. Ich dachte, ich wäre weit genug weg gewesen. Also sowas. Komm, ich muss da her. Gibt es hier eigentlich irgendwo ein Bett? Wir könnten ja auch gucken, ob wir irgendwo ein Bett finden. Ich meine, es ist immerhin Nacht. Ich gehe dann raus. Ich gehe dann raus. Aber ob wir jetzt die ganze Nacht hier in dieser Buchhandlung rumhängen, finde ich auch ein bisschen doof. Ja, hast du recht. Was ist denn hier in den Kisten? War irgendwas drin? Aber da war eine Leiter, oder? Da ist eine Leiter. Aber die geht nirgendwo hin. Echt? Das ist nur, um an die oberen Kisten zu kommen. Dann kommt, gehen wir raus. Okay. Dann nehmen wir eine andere Tür. Hier war doch noch eine. Hier, wir nehmen die Tür. Die ist gut. Und scharf. Das meine, die ist scharf. Was machen wir jetzt? Wir suchen uns ein anderes Haus. Wir gehen am Bürgersteig entlang. Okay. Wir suchen... Hier wird noch ein Bürgersteig. Da ist ein Haus. Oder? Ist das ein Haus? Ich habe einen Tunnel. Ich denke, einen riesigen. Einen Tunnel? Wahrscheinlich für den Zug. Kollen. Kollen. Ich weiß nicht. Wir sind, glaube ich, im falschen Bereich. Wir müssten, glaube ich, in den Wohnbereich gehen, um Betten zu finden. Okay, dann gehen wir jetzt in den Wohnbereich. Ähm, da müssen wir aber wahrscheinlich über die Schienen gehen. Ich will ja nicht über die Schienen gehen. Dann bin ich unten fliegt. Okay. Aber wir müssen am Skelett vorbei. Oder hat ihr denn schon wieder lange was da? Ich bin nicht sicher, dass ihr... Am Skelett. Über die. Das ist eine Spinne. Ich glaube, wir sollten... Komm mal lieber weg hier. Colin, komm weg da. Oh, das Skelett kommt. Ich versuche dir zu helfen. Nein, ein Skelett. Nein, ein Skelett. Oh. Ja. Oh. Ich... Ui, das war knapp. Nein, Creeper. Eine Spinne. Ich gehe wieder in die Bibliothek. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich komme weg. Kommt in die Bibliothek. Das geht nicht. Das geht nicht. In der Bibliothek. Seht ihr mich? Nein. Seht ihr mich? Äh, was ist das? Ich gehe wieder über den Zebrastreifen. Kommt ihr mit? Kommt mit. Ich bin in der Bibliothek. Ja, der ist ja direkt hier neben. Komm bitte zu mir. Oh, der Creeper. Warte auf der Axt. Ich habe mich im Kleiderschrank versteckt. Geh weg, du Creeper. Ah, nein. Ja, mach die Straße kaputt. Hä? Ja. Ist mir ehrlich gesagt gerade egal. Hauptsache er verschwindet. Wie viel braucht denn der? Ganz viel. Oh, ich ecke fest. Oh, Hilfe. Ich glaube, ich flüchte erst mal. Flüchte und. Kommt, jetzt. Ich muss ihn doch mal platt kriegen. Ey, wie viel steckt denn der ein? Ich habe nicht mehr da, dass man versteckt. Das gibt es ja nicht. Ich will dich besiegen. Ich will nicht, dass du in die Luft. Ich höre schon wieder ein Zombie. Sag mal, wo seid ihr? Seht ihr mich? Ich bin bei der Befluchtung. Das ist aber auch gefährlich hier draußen. Der darf die Straße nicht kaputt machen. Gibt es doch nicht. Oh, nein. Colin, er wurde von einem Creeper erwischt, aber. Meine Schwester. Aber der Colin, der kommt ja wieder. Ah, ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Das hat ganz schön lang gedauert. Bist du wieder am Spawnpunkt? Ja. Ich komme dir entgegen. Ich auch. Ich muss entgegenkommen. Ich bin dann der Zwilling. Ich komme dir entgegen. Der Zwilling. Du denkst, dass da bist du. Ich bin bei Waterfall. Also, ich muss jetzt einmal hier über den Zebrastreifen gehen. Bist du beim Hauptspawn? Und dann Richtung Hauptspawnpunkt gehen. Da muss man eigentlich nur... Ein Skelett. Lass die einfach alle rechts oder links liegen. Ich sehe euch jetzt schon wieder nicht. Aber der Colin muss eigentlich da vorne irgendwo sein. Ich bin beim Hauptspawn. Ja, beim Hauptspawnpunkt. Dann weiß ich, wo er ist. Ja. Ich bin ganz nah. Hoffe ich. Oh. Eigentlich müssten wir uns da ja dann wieder treffen. Helen, du bist da. Wo bist du? Ein Hausboom. Ich versuche, entgegenzukommen. Da. Ich sehe wen. Colin, bist du das? Colin, das bist du. Hinter dir ist ein Skelett. Lauf weg. Ja, lauf da hinten hin, Colin. Da ist gut. Wir wählen Colin. Hier ist noch ein Creeper. Wir wählen Colin. Colin, weißt du noch, wo das Haus war, wo wir die Lilly am Anfang getroffen haben? Nein. Ich muss mich bewegen. Ich versuche zu dir. Ich will zu bewegen. Ich suche aus. Geh in irgendein Haus rein. Geh in irgendein Haus rein, Colin. Ich versuche es. Ich habe noch gar nicht essen, aber noch ein Keul. Ich nicht. Ich habe leider auch nicht viele Keulen. Deswegen kann ich dich gar nicht groß unterstützen. Colin, komm hier zu mir. Siehst du mich? Ich auch. Ja, schnell. Hier rein. Ja, wir gehen hier rein. Das war das Haus, glaube ich, wo die Lilly auch war. Nein. Dann war es halt eins weiter. Aber es war auf jeden Fall hier in der Nähe. Komm, wir gehen hier rein. So. Ich bin ein Zombie. Komm rein. Hilfe. Ach, warte, ich mache die Tür auf. So, jetzt. Komm rein. Gut. Lilly, wo bist du? Komm rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Also Kuchenhaus. Komm rein. Wo klopft denn hier schon wieder ein Zombie an? Wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Wir müssen gucken. Wir gehen nach oben. So weit. Was war los? In Zombie, in Zombie, in Zombie, in Zombie, in Zombie, in Zombie. Warte, ich steige mal kurz hier aus. Ich will mal gucken, ob ich die Lilly irgendwo sehen kann. Wir sind Zombie in der Bäckerei. In der Bäckerei? Lilly, du musst mal zu uns kommen, bitte. Wir sind ganz in der Nähe vom Spawnpunkt. Ich kann gerade nicht essen, Zombie. Ich gehe nach ganz ganz oben. Ich gehe nach ganz nach oben. Ihr habt besiegt. Gut. Es wird auch langsam wieder Tag. Zum Glück, ich habe ganz viele. Lilly, komm mal Richtung Hauptspawnpunkt. Ich habe Essen von den Bildern geklaut. Ich kann meiner Schwester etwas abgeben. Lilly, wo bist du? Ich bin auf dem Dach. Ist da ein Balkon? Ja. Dann ist es mein. Da ist die Spinne im Baum. Ich habe die Spinne im Baum gesehen. Lilly, wo bist du denn? Ich komme gerade zu euch. Ich sehe nicht mal deine Schrift. Die musst du doch irgendwo zu sehen sein. Ich bin dran dran dran. Ich kann noch was essen. Ich höre eine Spinne krabbeln. Wo denn? Lilly, gib doch mal bitte einen Tipp, wo du bist. In welcher Richtung. Kein Tipp von der Lilly, na gut. Ich bin gerade in eurem Haus. Hä? Da will ja auch lange sein. Aber ich sehe deine Schrift nirgends. Ich bin ja auch ganz unten. Ich höre mal nach Krabbeln ganz unten. Hä? Ich höre eine Spinne krabbeln. Ich kriege bald die Krise. Lilly, ich will dich abholen. Lilly, ey. Ich gehe nach unten. Ich gehe nach oben. Ah, der Colin geht runter. Dann komme ich mit runter. Ich komme oben. Ja, toll. Das ist schön. Wenn einer hochgeht und die anderen runter, dann werden wir uns. Nein, wir müssen wieder hoch. Ganz nach oben aufs Dach. Das ist aber so. Ihr macht sagt, also gut, meinetwegen ganz nach oben aufs Dach. Die Lilly ist eh nicht hier. Ich sehe nicht mal die Schrift von der Lilly. Lilly geht hoch. Die Schrift von der Lilly sind ja alle zum gleichen Ort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zum gleichen Ort gehen, Lilly. Du bist überhaupt nicht in unserer Nähe, glaube ich. Doch. Meinst du? Ja. Das ist erkannt. Oh. Ich will es auch öffnen. Ja, mach öffnen. Bei mir ist auch eine Klappe. Ja, aber das stimmt nicht auf unserem Dach, oder? Wie komme ich jetzt da hoch? Warum rettet der nicht? Doch. Das ist nämlich auch ein Weiß. Ich bin vom Dach gefallen. Gott sei Dank. Ich bin im Wasser gelandet. Ich bin vom Dach gelandet. Ich bin auch. Ich wollte auch. Aua, ihr ist ein Skelett. Oh Gott, weg. Schnell weg. Lauf, Colin. Wir haben keine Keulen. Wir müssen uns irgendwo was zu essen organisieren. Ich habe Keulen. Du hast Keulen? Du hast auch was zu essen? Nö, ich habe was zu essen. Also ich gehe jetzt erstmal hier in das nächste Haus rein. Bist du noch hinter mir, Colin? Ja. In meinem Balkon doch. Beim Balkon. Du warst überhaupt nicht in unserer Nähe. Ich kann da. Wir können da nicht wieder hin. Ein Skelett. Und wir haben nur noch wenig Energie. Wo geht es denn hier in die Häuser rein, Himmel? Ich habe viel. Du hast ganz viel zu essen? Nee, ganz viel zu essen. Na toll. Ich aber nicht. Hier ist die Metro. Also die Bahn. Hier, ich gehe in das Haus rein. Bist du noch da, Colin? Ja. Da ist die Dschungelhaus. Okay. Lilly, wir sind auf der anderen Seite. Das ist ein Dschungelhaus. Das sieht ein bisschen so aus, ne? Das ist ein Dschungelhaus. Warte mal. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. Ich versuche, ob wir wieder den Spawnpunkt von hier irgendwie sehen können. Ich weiß, wo Spawnpunkt ist. Der müsste eigentlich hier vor der Tür sein. Ich versuche es zu finden. Vielleicht ist da unten ja Wasser. Ich gehe mal ganz nach oben. Oh, es ist abgestürzt. Dann komm einfach wieder rein, Lilly. Aber ich bin einfach runtergesprungen und habe gehofft, dass da Wasser ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da Wasser ist. Also als ich gesprungen bin, hat das abgestürzt. Das war voll witzig. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Absturz. Nicht wahr? Nicht nur von deiner Figur, sondern gleich vom Spiel. Ich bin erst noch unten. Da, hallo, Colin. Du steckst fest. So. Was ist das? Ah, hier sind Kisten. Ne. Was ist das? Wo sind wir hier? Ist so eng hier. Ich kann gar nichts richtig sehen. Wow. Springt runter. Ne, nicht nochmal. Also es hat mir eben schon gereicht. Ich hatte eben so viel Glück. Ich bin gestorben. Ja, du bist aus. Ich bin beim Hauptspawn. Komm. Nein. Ist da unten Wasser? Wieder. Nein. Ich bin gestorben. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Schwester. Yeah. Ja, ja, ja. Wie haben wir das gemacht? Was für Spillingswistern sind. Ihr seid mir welche. Ist das hier ein Notausgang? Kuschel, 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 kuschel. Hier ist doch eine Leiter. Die kann ich doch nehmen. Wir kuscheln zu gern. Hä? Ja. Ich freue mich. Also richtig gefällt mir dieser Abstieg hier aber nicht. Wo geht es denn wieder rein? Wo ist denn der Baul? Oh, aus. Das hat das Skelett. Ah, wo ist das? Wie komme ich denn jetzt hier wieder? Jetzt habe ich noch ein Herz verloren, weil ich von dem Baum gesprungen bin. Komm, hinter den Baum. Komm, hinter den Baum. Komm, schnell. Es muss doch hier irgendwas zu essen geben. Schwester, Schwester, komm hier. Ah, hier vielleicht. Leer. 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 Was ist denn los bei euch? Ja, weil es gelippt ist. Ja, und ich habe hier nur leere Kisten. Wie soll ich denn da bitte schön... Oh, hast du schon wieder abgestürzt? Ja. Das ist nicht so einfach auf deinem alten iPad. Das ist ähnlich wie bei Scrimville. Ja. Was steht denn hier? Sechs, sechs. Schwester heißt Ween. Schwester heißt Ween. Schwester heißt Ween. Schwester abgestürzt. Papa, wir sind so schöne Zwillingsgefangen. Ja, ich... Du bist unser Papa. Suche ehrlich gesagt immer noch was zu essen. Wenn ihr irgendwas zu essen findet, bringt es bitte mit. Ich habe das zu essen geklaut. Geklaut? Von wem? Von den Bildern. Was ist das hier? Ist das Bad? Von den Toiletten. Und das sind die Wickelauflagen für die Babys. Wickeli. Auf jeden Fall gibt es hier nichts zu essen. Und wie komme ich jetzt runter? Schwester! Hier war doch irgendwo das Treppenhaus. Hier versteckt vor dem Spiel. Komm, wir müssen uns irgendwo anders... Ah, hier war das Treppenhaus. Ich muss irgendwann das Haus ankommen. Ja. Versteck dich mit mir. Ah, hier sind noch Kisten. Oh, die sind alle leer. Hier sind nur leere Kisten. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht alle durchgehen. Also... Wo seid ihr denn bitte schön? Du bist vorher. Dann wir gehen in die Tür. Ich glaube, von überall Zombies. Da kriege ich auch schon... Das ist voll hübsch hier. In der Tür ist es voll hübsch. Oh, das ist voll hübsch. Gänzt auf Stufen. Cookie, Cappuccino. Vielleicht gibt es hier was. Ich kann mich nicht weiter... Nein! Das Café ist auch leer. Wie lang? Wie lang? Hier lang. Hier lang. Hier kommt ein Bekannten vor. Ist ja schön. Guck mal, hier ist eine wunderschöne Treppe, wo ich bin. Könnt ihr mal irgendwie zu mir kommen und mich abholen? Nö. Warum stehst du denn da hinten? Wie nö? Das ist eine Unverschämtheit. Nö. Warum machst du denn auch? Wie komme ich denn runter wieder? Ach, ich bin schon wieder ins Bad gerannt. So. Nö. 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 Zwei. Runtergang, wie auch immer. Vergissen. Oh. Zwillingsfest, wo bist du nur? Hier und wild umher. Zwillingsfest, ich bin über dir. Genau über dir. Ich bin hier in die Treppe. Ja. Was hat das? Hol dich ab. Ihr sollt mal mich abholen. Hier war das Treppenhaus. So, ich gehe jetzt wieder unten auf die Straße. So, ich muss ja irgendwo hingehen. Ich muss ja irgendwo was zu essen geben. Wir müssen hier runter. Guck dir. Ich muss hier lang die Treppe runter. Ich muss das dringen. Was ist denn los bei euch? Voll der Krawall. Mein Schatz. Ach, da geht es doch wieder nur ins Bad. Da brauche ich wieder gar nicht hingucken. Das ist doch symmetrisch geformt hier. Ach, hier ist der Ausgang. Gut. Hier, hier. Papa. Da seid ihr ja. Meine Güte, wo ihr euch wieder überall rumschleicht. Sag mal, ich brauche, habt ihr irgendwas? Aua, wer haut mich? Bitte nicht, ich habe keine Herzen mehr. Jetzt flüchte ich nicht nur vor den Zombies, sondern auch vor euch. Ich gehe mal hier hoch. Wir wollen dir nichts tun. Komm mal mit hier hoch. Komm, ich fest. Ja, ja, ja. Hä? Was? Ah, okay. Wir sind auf den Schienen. Gut. Vielleicht finden wir ja irgendwo eine Lore. Lasst uns mal gucken. Wir gehen einfach mal die Schienen lang. Was haltet ihr davon? Wir brauchen unser Parkticket. Ja, das bräuchten wir. Wir tun einfach so, als ob wir uns gelöst hätten. Ähm. Ja, aber wo finden wir Loren? Wir gehen einfach mal den Schienen hinterher. Wir gucken, ob wir irgendwo Loren finden. Ich laufe dir hinterher. Habt ihr irgendwas zu essen einstecken? Wir sind artig. Wir laufen nicht auf den Schienen rum. Oh, jetzt müssen wir aber auf den Schienen rum. Und wir laufen am Rand. Wir laufen einfach an den Schienen. Ihr könnt auch gerne vorgehen. Es ist immer ganz gut, wenn. Gut, geht mal vor. Folgt mal den Schienen. Wir gehen am Rand. Wir sind nämlich artige Kinder. Gut. Aber nicht, dass ihr runterfallt. Wir fallen nicht runter. Wir schleichen. Ah ja, ihr sollt ja nicht schleichen, weil das so ewig dauert. Aber übrigens ein guter Tipp für alle, die Minecraft spielen wollen und sich noch nicht so gut auskennen. Wenn man schleicht, kann man keine Abgründe runterfallen. Ja, also man wird runtergehauen oder man springt. Ich schaff das nicht. Du musst nicht auf dem Geländer laufen. Du kannst auch auf den Schienen laufen. Was ist das? Ach, da kann man die Weiche mit umschalten, glaube ich. Ich muss auch auf den Schienen laufen. Es ist auf jeden Fall schon wieder Nacht, wie man sieht. Papa, du lässt uns zurück. Ja, wenn ihr da rumschleicht. Ich habe jetzt schon zwei Jahre alt. Das ist euch mal von den Schienen gefallen. Wir sind artige Kinder. Kommt zu unserem Papa. Also, wie sieht es aus? Kommt ihr? Aber wir sehen doch echt gleich aus, oder Papa? Ja, ihr seht sehr gleich aus. Wir haben auch den gleichen Skin an. Das sind natürlich tolle Häuserkonstruktionen hier. Das kann man nicht anders sagen. Das müssen wir für mich auch gerne mal irgendwann bauen. Dann sind wir aber auch jahrelang beschäftigt. Warum bist du eigentlich eine Frau? Ich bin keine Frau. Was ist denn eine Frau? Guck dir das mal an. Ich bin eine Frau. Wieso bin ich eine Frau? Du bist doch unsere Mutter. Die Mutter heißt Fabian. Ach, seid still. Die Mutter heißt Fabian. Sag mir lieber, wo wir hier Loren finden. Ich würde hier gerne mal mit dem Zug langfahren. Hier, dann geht es hoch. Guckt mal. Ich habe eine Leiter. Oh, dann geht es nur runter. Ja, hier ist sie. Komm, wir gehen hier. Hier lang. Hier ist eine Karte. Hast du schon wieder eine Karte gefunden? Komm, warte. Das ist Papier. Ich hatte gerade Papier. Papier. Alle da. Ach, Ticketing Station. Wie lustig. Ja, stimmt. Okay, komm, lass uns mal. Nein, das ist ein Skelett. Skelett, Skelett, Skelett. Komm wieder hoch. Komm auf die andere Seite. Nein, das ist ein Skelett. Ich verstecke mich hier. Vorsichtig, da hinten war das Skelett. Wir gehen lieber hier lang. Komm, wir gehen hier lang. Wir gehen mal gucken, ob wir hier irgendwo in ein Haus rein können. Irgendwo muss es doch was zu essen geben. Wir müssen doch in den Wohnbereich. Hä, wer kommt da? Ein Zombie. Guck mal, da rinnt ein Zombie rum. Der Zombie. Wir müssen in den Wohnbereich. Ich bin gestorben. Wer hat mich platt gemacht? Der Baby-Zombie. Ich wurde von einem Zombie erschlagen. Der Baby-Zombie. Der Baby-Zombie. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich bin tot. Schön, wir sind wieder alle da. Wir müssen weg hier. Wir werden beschossen. Wir müssen weg hier. Ja. Ja. Mama. Unsere Mutter ist Fabian. Wo seid ihr denn? Hinter dir durch den Kopf. Okay. Ich bin abgestürzt. Schon wieder. Ja. Wir müssen uns erstmal in Sicherheit bringen. Wir müssen uns tatsächlich erstmal in Sicherheit bringen. So schön das Ganze ja auch ist. Ich würde gerne mal irgendwo ein Bett finden. Was ist das da? Hm? Das ist das? Was steht da? Wir sind die Bettenklauer. Wir sind die Essensklauer. Wir sind die Bett. NXU5. Ich glaube, so heißt die Map. Oder Inksus? Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall den Link unten in die Videobeschreibung. Wer auch mal Lust hat, hier reinzugehen. So, du kriegst sie jetzt. Du hier. Nein. 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 Esken Skelette. Hier sind nur Zombies. Nein. Wie viel hält denn dieser orle Zombie aus? Ich komme zu dir, Colin. Es tut mir leid. Ich hatte eben versichtlich den Schleichenknopf gedrückt. Da rennt eine Katze rum. Ah, hallo. Wo ist denn der Eingang, Colin? Wer ist da? Nein, da ist ein Zombie, da ist ein Skelett. Was weiß ich hier nur? Verflixt, geht doch mal weg. Oh nein, doch ein Zombie. Ist das euer Zombie? Aua. Hilfe. Ich bin bei der Bibliothek. Ich habe mich hier in einen Hauseingang geflüchtet. Hilfe, ich muss mal rein. Nein, verflixt, jetzt kommt der hier rein, weil ich die Tür offen gelassen habe. Das ist ein Skelett. Colin, da musst du rein, ja. Mach ihm Platz, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Nein, nein, kein Skelett, weg hier. Aua hin. Das ist die Homme, das ist die Skelett. Das ist die Skelett, das ist die Quicksal. Hilfe. Lilly, wo bist du denn? Das ist der Skelett, das ist die Quicksal. Ich weiß nicht, wo der Spawn ist. Wir gucken, ob wir den Spawnpunkt von hier sehen können. Wo sind wir denn hier? Ist das schon wieder das Bad? Hier ist das Bad. Ach, verflixt, ich will durch die Tür gehen, nicht auf dieses dick Zapperlot. Ich will auf die Tür, auf die Seite, dass wir wegmachen. Nein, ich komme nicht durch die Tür. Ich bin gestorben, ich bin gestorben. Ja, wir... Ich habe es durch die Tür geschafft, Gott sei Dank. Wo ist denn, wo mag denn der Spawnpunkt sein? Der kann nicht so weit weg sein von hier. Der ist noch irgendwo lang gegangen. Wir sind hier in irgendeinem Bürogebäude, so wie es aussieht. Ich glaube, die sind nicht drin. Also, ich möge euch beobachten können. Es ist nichts drin in den Kisten. Wer ist da? Ich muss das noch. Lilly, du musst der Bahnstrecke folgen. Nein, das ist ein Skelett, ich kann das nicht. Aber wir... Okay, dann kommen wir dir entgegen. Colin, komm, bleib mal in... Ja, wo sollst du bleiben? Ich will zu meiner Schwester. Ich hätte auch schon noch euch. Wir versuchen... Wir versuchen... Den machen wir platt. Nein, der ist zu stark. Der ist wirklich zu stark. Naja, und wir haben immer noch wenig Coil. Bist du da, Colin? Noch nicht, noch nicht. Okay, okay, okay. Also, bei mir ist ein bisschen kaputt. Du bist in der Nähe beim Spawnpunkt? Ja, richtig, richtig nah. Ich kann ihn beobachten, wenn ich will. Ja, beobachte ihn, bitte. Ah, hier lang. Wir müssen zum Spawnpunkt. Der Spawnpunkt ist hier. Ihr müsst einfach... Hier ist der Spawnpunkt. Lilly, wo bist du? Da, wir sehen dich. Ich sehe deine Schrift. Wir kommen rüber zu dir. Hinten ist der Wohnbereich. Da waren wir eh noch nicht. Vielleicht finden wir da auch irgendwo ein Bett. Da bin ich mir sicher. Ich weiß gar nicht, da bin wir... Da unten läuft ein Skelett. Ja, das ist ein Skelett! Ja, lauf. Genau, Lock ist weg. Das finde ich gut. Wir haben nämlich, glaube ich, weniger Herzen als du. Kann das sein? Ich habe mir auch eine volle. Nein, das ist ein Skelett! Es ist voll in der Toilette! Colin, komm, wir gehen hier in das Haus rein. Ich bin in der Toilette. Ich komme nicht durch die Tür. Ich will auch in die Toilette! Ich will auch in die Toilette! Toll, wo bin ich denn hier geleitet? Ah, ein Creeper! Hilfe! Ich dachte, das wäre hier... Da geht es nicht! Geht da weg! Schwesterherz! Schwesterherz! Da kommt ein Creeper da vorne. Ihr müsst aufpassen. Schwesterherz hinter dir! Wer ist hinter mir? Guck, Guck! Hinter dir! Ich kann mich nicht umdrehen. Da kommt ein Creeper. Hinter Colin! Wo ist denn Colin? Colin ist hinter dir. Colin, du musst dich umdrehen. Ach, Gott sei Dank. Ihr seid beide da. Dreh dich um, Colin! Dreh dich um! Dann können wir doch mal hier irgendwo reingehen. Was ist da drin? Nix! Die Truhen sind alle leer in dieser Map. Das ist doof! Hier müssen wir rein! Da, wo die Truhe war, hier sind wir sicher! City Park? City Park! Stadt Park! Wie seid ihr denn da reingekommen, Verflixt? Ach so, ich kann doch die Tür aufmachen. Komm in den City Park! Da ist doch gar nichts. Wo ist denn da eine Tür? Doch, hier ist ja eine Tür. Habt recht? Komm in den Stadtpark! City Park! Können wir uns nicht irgendwas craften eigentlich? Aber wir haben nichts, oder? Komm, wir gehen hier lang. Wo seid ihr denn? Ich dachte, wir gehen hier rein. Ich habe immer noch keine Energie. Ich brauche was zu essen. Ich habe kein Essen. Ich habe ein Schimmfleisch. Das Zombie-Fleisch klingt... Papa, komm in den City Park! Ja, ich bin im City Park. Ich bin bei Lilly. Die Spinne ist da. Die Spinne ist da. Wann ist hinter euch? Ich bin hinter euch. Die Spinne ist da. Hinter euch. Ich höre eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Vorsicht, Spinne! Ah! Ich bin zu ängstlich. Ich höre auch einen Zombie. Jetzt muss meiner Schwester helfen. Wo ist die Spinne hin? Da. Voll das Gewusel. Okay, ihr macht das. Ich halte die Ohren und Augen auf. Papa, wo ist noch ein bisschen Babyspinnen? Babyspinnen? Babyspinnen! Es gibt welche. Nein, ich kann nur Höhlen spinnen. Die sind blau. Lasst uns mal weitergehen. Papa, es gibt aber auch Babyspinnen. Die können dann vergiften. Oh nein, hast du ja recht. Da müssen wir es noch vergiften. Ich auch. Wo seid ihr denn schon wieder? Da. Sunset Boulevard. Da gehen wir jetzt hin. Hier geht es zum Sunset Boulevard. Wo geht es hier lang? Was ist der Sunset Boulevard? Ich nehme an, das ist eine Geschäftsstraße. Da wird es bestimmt was zu essen geben. Nee, können wir hier lang. Hier sieht es viel interessanter aus. Komm. Wo geht es denn da hin? Hier ist Fußball. Da gibt es ein Café, wo ihr hingeht. Hier ist Fußball. Ja, tatsächlich. Ein Fußballplatz. Cool. Mit Spinnennetzen. Mit Spinnennetzen. Haben die das witzig gemacht. Da ist Putz und ich will Fußball spielen. Und ich renne. Und ich renne. Und ran, 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 ran. Oh. Torgester! Kuschelzeit! Oh, Zombie! Er brennt, Lilly brennt! Vorsichtig! Ich werde es bewegen! Ich werde es bewegen! Okay, ihr lebt noch. Wie viel Energie gibt es denn noch? Das vergiftet dich doch nur! Wenn ich jetzt hier verrottetes Zombiefleisch esse, was passiert dann mit mir? Deine Kollen vergiften. Deine Kollen vergiften und du verlierst Kollen. Ja, das will ich ja gar nicht. Das ist ja genau das, was ich nicht will. Lass uns mal weitergehen, bitte. Hier ist ein Haus, guck mal. Hier sind zwei Häuser. Da ist ein Kaffee vielleicht. Hier lang, hier lang, hier rein. Was ist hier? Nix! Ruhe natürlich leer. Vielleicht sollten wir das Huhn da draußen... Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Das heißt, du hast was zu essen. Ja. Kollen, warte guck mal. Ich habe das zu essen. 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 Weil wir fehlen jetzt bei Kollen. Aber wir fehlen immer noch eine. Wir fehlen auch ein paar Kollen. Wir fehlen noch eine. Ich schmeiß mal dieses Zombiefleisch hier weg. Das ist doch... Boah! Nein! Jetzt habe ich es gegessen! Ach Himmel! Boah! Weg! Wir haben einen Kaffee entdeckt. Aber da ist nix, oder? Gibt es da was zu essen? Glaubst du nicht? Boah! Wir müssen draußen essen! Kommt mal mit! Lass uns mal weiter gehen! Schwester, jetzt warte auf mich! Ich höre Zombies! Nur Zombies! Ich auch! Und ich lasse einlaufen! Was steht hier? Wo bist du denn? Wo steht da? Da steht MCR Light Rail. Also das hat auch wieder mit der Bahn zu tun. Wollen wir hier lang? Hier Embassy Rail, was auch immer. Was ist da los? Guck mal, hier sieht es hübsch aus. Komm, wir baden ein bisschen. Na gut. Oh mein Gott, hier sind die Ender-Dinger. Die Ender-Dinger? Die Dinger, wo man... Die heißen Endportal. Also hier steht Cylon-Botschaft. Cylon-Botschaft? Komm rein in Cylon-Botschaft. Cylon-Botschaft, mach die Tür zu. Wird es schon wieder Nacht? Dann ist ja gut, dass wir drinnen sind. Das ist ein Jahr langes Papa. Oder Mama, wer auch immer das ist. Ich geh die Treppe hoch. Der Name wirkt, als wäre er ein Mann, aber sein Aussehen ist, als wäre sie eine Frau. Ich geh ein paar Stockwerke hoch. Ich bin runtergefallen. Ich geh noch nicht oben. Ich geh noch nicht oben. Ich geh noch nicht oben. Warte. Ich geh noch nicht oben. Ich bin nicht ganz oben. Ich geh aber. Warte auf mich. Ich bin nicht so schön. Ich bin im Vorletzten, glaube ich. Aber hier ist auch nichts. Da sind wieder Kisten. Moment. Warte. Lass mich hier in den Bereich, in die Küche. Die sind am Balkon. Ach, die Drohnen sind leider alle leer. Ich brauche wirklich nicht. Wir brauchen nicht in die Drohnen gucken. Die Drohnen sind alle leer leider. Leider, leider, leider. Hat jemand was zu essen für mich? Nee. Bunt wie hoch. Bunt wie hoch. Bunt wie ganz nach oben. Dancefloor. Komm, wir tanzen. Komm. Da seid ihr ja. Wir wollen nach unten. Jetzt bin ich gerade nach oben gekommen. Da wollt ihr schon wieder nach unten. Schwester. Also ihr macht Sachen. Jetzt kommt ihr ja wieder am Spawnpunkt raus. Oh. Schwester, ich muss zu dir. Hey, da unten ist eine Kuh. Die Kuh, die könnten wir doch. Ich meine, dann könnten wir was essen. Jetzt haben wir wenigstens wieder voller Leben. Papa. Papa. Sterb. Du sterb. Ich denke ja nicht dran. Das sind für mich unlautere Praktiken, die ihr macht. Wir müssen Schwestern. Wir müssen das. Wir müssen Schwillingswestern. Wenn wir Schwillingswestern sind, machen wir sowas. Ja. Ich versuche mal die Kuh zu finden. Wo war jetzt die Kuh? Die Kuh. Wo komme ich denn hier raus? Warum kommen wir zu unserem komischen Wesen? Das ist ein Schleim. Was für ein Schleim? Wovon redest du? Komm hier lang. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Warte. So, Kuh. Jetzt bist du fällig. Komm hier lang. Hier lang. Ich höre schon wieder eine Spinne. Ich folge dir. Du musst vorhören. Hier lang. Hier lang. Papa, wir sind Zwillinge. Wir machen uns alles nach. Ja, ja. Das könnt ihr machen. Ich suche die Kuh. Die Kuh war doch hier irgendwo. Komm schnell hier hinten. Ist doch ehrlich der Tag. Wo sollen die Zombies denn herkommen? Der war in einem Gebäude mit Dach. Papa, oder was auch immer du bist. Grüße, wo seid ihr denn? Ihr seid doch wieder meilenweit weg von mir. Nee, wir sind genau hinterm Gitter. Huch, da seid ihr ja. Na sowas. In welchem Bereich waren wir denn noch nicht? Ja, lass uns mal einfach hier weitergehen. Komm, wir gehen mal hier lang. Warte, ich bin die Letzte. Die Bumme Letzte. Du bist die Bumme Letzte. Hier kommt der Strom her. Möglich ist das. Baby-Zombie. Was? Die andere Seite. Nee, 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 nee. Ich habe überhaupt keine Lust mich mit irgendjemandem anzulegen. LRT 2. Ich kann gleich in den Bäumen. Light Rail. Ah, wahrscheinlich LRT, Light Rail. Nein, meine Schwester. Was ist denn los bei euch? Meine Schwester. Hinten, du hast ein Anhängsel. Ich muss mich retten. Ich muss meine Schwester retten. Was macht der da oben? Nein, geh weg. Der hat mich platt gemacht. Nein, ich bin gestorben. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin gestorben. Gut, wir sind alle gestorben. Der kleine Zombie hat uns platt gemacht. Also wartet mal bitte. Wir waren jetzt schon. Sunset Boulevard, Business District, Waterfront. Eigentlich waren wir doch überall. Also liebe Zuschauer, wir danken euch fürs Zuschauen. Wir beenden an dieser Stelle unseren Ausflug in diese Stadt-Map. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir fanden es auf jeden Fall ganz spannend, diese Map zu erkunden. Es gibt hier noch reichlich zu entdecken. Wir haben leider nicht alles gesehen. Es gibt noch einen Bahnhof. Was macht denn dieser komische Blob hier? Einen Bahnhof für die und eine Werkstatt für die Züge. Es gibt noch ein Parkhaus. Es gibt noch große Lagerhäuser. Die haben wir jetzt leider nicht entdeckt. Aber falls ihr Lust habt, in die Map zu gehen, vielleicht habt ihr mehr Erfolg als wir. Wir danken euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.